Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit zwei klassischen Schaltungen zur Widerstandsbestimmung. Dabei wird eine Spannung gemessen und ein Strom gemessen und schließlich das Ohmsche Gesetz zur Bestimmung des Widerstandes angewendet. Natürlich muss die Spannung, die ich hier einsetze, genau die Spannung am Widerstand sein und der Strom, den ich messe, muss der Strom durch den Widerstand sein. Und genau hier gibt es einen Widerspruch, wenn ich nämlich die Spannung und den Strom gleichzeitig messe. So ist es mir nur möglich, entweder den Strom richtig zu messen, wie wir das hier sehen, oder die Spannung richtig zu messen, wie wir es hier sehen. In diesem Fall wird mir das Strommessgerät nicht ganz exakt den richtigen Wert anzeigen, da dieser Strom, der hier gemessen wird, aus diesem Anteil besteht und aus diesem Anteil. Es handelt sich hier um die Stromfehlermessschaltung. In diesem Fall kann ich die Spannung nicht ganz richtig messen, denn auch über dem Strommessgerät fällt eine kleine Spannung ab, die ich hier automatisch mit messe. In diesem Fall handelt es sich also um die Spannungsfehlermessschaltung. Beide Schaltungen werde ich nun näher untersuchen. Ich werde zeigen, in welchen Fällen eher die Spannungsfehlermessschaltung zu bevorzugen ist und in welchen Fällen ich die Stromfehlermessschaltung nehmen sollte. Und ich werde zeigen, wie man das Ergebnis, dass er nicht ganz exakt ist, wenn ich diese Werte verwende, korrigieren kann. Zuerst schaue ich mir nun die Spannungsfehlerschaltung an. Wie gesagt, ich messe hier eine Spannung, die nicht exakt der Spannung am Widerstand entspricht, da auch am Innenwiderstand des Strommessgerätes eine kleine Spannung abfällt. Der Wert, den ich nun durch die Anwendung des Ohmschen Gesetzes ermittle, ich bezeichne das hier als R Mess, da er sich durch die gemessenen Werte ergibt, beträgt nun U durch IR. Der Strom wird richtig gemessen, das ist der Strom durch den Widerstand, deshalb IR. Und die Spannung, die ich hier messe, bezeichne ich einfach als U. Der Wert ist nicht ganz richtig. Letztlich habe ich ja dabei den Gesamtwiderstand dieser Schaltung gemessen. Denn der ergibt sich ja aus der Gesamtspannung und dem Gesamtstrom, der hier hindurch fließt. Wenn ich nun aber den Gesamtwiderstand dieser Schaltung ermittelt habe, so kann ich leicht eine Korrektur vornehmen für den Fall, dass ich den Innenwiderstand des Strommessgerätes kenne. Kenne ich diesen Wert, so muss ich diesen Wert des Innenwiderstandes einfach von dem durch die Rechnung und durch die Messwerte ermittelten Wert abziehen und komme somit genau auf den Wert von R. Unter der Voraussetzung, dass ich nicht korrigieren kann bzw. von vornherein bessere Werte haben möchte, muss ich mir hier nun klar machen, dass diese Spannungsfehlermesschaltung dann besonders gut geeignet ist, wenn der Strom, der hier hindurch fließt, klein ist. Denn wenn der Strom klein ist, fällt am Strommessgerät nur eine kleine Spannung ab, sodass die hier falsch gemessene Spannung nahezu der Spannung am Widerstand entspricht. Hier fließt ein kleiner Strom, wenn der Widerstand groß ist. Anders argumentiert, wenn dieser Widerstand groß ist, so wird die Spannung, die ich hier messe, zum größten Teil an diesem Widerstand abfallen und nur ein ganz kleiner Teil wird hier abfallen, sodass der Messwert nahezu identisch ist mit der Spannung an dem Widerstand R. Die Spannungsfehlerschaltung ist also dann geeignet, wenn ich recht große Widerstände messen möchte. Ist mir das bekannt, dass es sich um große Widerstände handelt, so ist es also sinnvoll, das Strommessgerät in Reihe zum Widerstand zu schalten und die Gesamtspannung mit Hilfe dieses Spannungsmessgerätes zu messen. Im Gegensatz zur Spannungsfehlerschaltung schalte ich bei der Stromfehlerschaltung das Strommessgerät nicht direkt in den Teil der Schaltung, in dem der Widerstand liegt, wodurch ich eben nicht exakt den Strom durch den Widerstand messe. Dafür habe ich aber nun das Spannungsmessgerät direkt an den Widerstand angeschlossen. Das heißt, die hier ermittelte Spannung entspricht dem exakten Wert, den ich für diese Berechnung brauche. Der Wert, der durch die Messung und die Anwendung des Ohmschen Gesetzes herauskommt, ist also hier mit rm gleich ur, dieser Wert ist richtig gemessen, geteilt durch i gesamt, denn dieses Gerät zeigt mir ja nun den Gesamtstrom an. Der Gesamtstrom ist aber nicht exakt der Strom, den ich eigentlich hier einsetzen möchte. Ich muss davon den Strom durch das Spannungsmessgerät abziehen. Der Strom, der durch den Innenwiderstand des Spannungsmessgerätes bedingt ist, lässt sich nun aber errechnen aus der gemessenen Spannung, Ur geteilt durch den Widerstand, den inneren Widerstand des Spannungsmessgerätes. Ist mir also dieser Widerstandswert bekannt, des Spannungsmessgerätes, so kann ich diesen Strom berechnen. Diesen Strom muss ich nun vom Gesamtstrom abziehen, denn der Gesamtstrom fließt hier hinein, ziehe ich vom Gesamtstrom diesen Strom ab, so habe ich exakt den Strom, der durch den Widerstand fließt. Ziehe ich also nun von Gesamtstrom diesen Wert ab, so kann ich mit Hilfe dieser Formel dann den korrekten Wert berechnen. Setze ich nun tatsächlich Ur durch Ri direkt hier hinein ein, indem ich von i gesamt diesen Wert abziehe, so sehe ich hier eine fertige Formel, mit deren Hilfe ich den exakten Wert berechnen kann, aus der gemessenen Spannung Ur, aus dem gemessenen Strom i gesamt. Hier tritt wieder Ur auf, ist mir schon bekannt und hier sehen wir den Innenwiderstand des Spannungsmessgerätes. Ich kann also diese Korrekturberechnung hier durchführen. Für welche Widerstände ist nun die Stromfehlermessschaltung besonders geeignet? Immer dann, wenn dieser Widerstandswert sehr klein ist, entspricht der Wert, den ich hier messe, der eben nicht ganz korrekt ist, nahe zu diesem Strom. Denn damit ist dieser Strom viel größer als der Strom, der durch das hochohmige Spannungsmessgerät fließt und die Abweichung ist damit sehr gering. Daraus kann ich schließen, dass die Stromfehlermessschaltung dann eingesetzt werden sollte, wenn ich kleine Widerstände messen möchte. Ich bin quasi dazu gezwungen, so zu messen, wenn ich keine Korrektur vornehmen kann. Aber grundsätzlich gelange ich schon von vornherein zu besseren Werten, wenn ich bei kleinen Widerständen die korrekte Spannung messe und durch die Messung des Gesamtstromes hier einen kleinen Fehler toleriere. Zusammenfassend kann ich nun also feststellen, dass ich die Spannungsfehlerschaltung dann anwenden kann, wenn ich große Widerstandswerte messe und sofern mir vom Strommessgerät der Innenwiderstand bekannt ist, kann ich auch durch eine kleine Berechnung eine Korrektur durchführen. Die Stromfehlerschaltung sollte dann angewendet werden, wenn ich kleine Widerstandswerte messen möchte. Sofern ich hier den Innenwiderstand des Spannungsmessgerätes kenne, kann ich aber auch hier wieder eine kleine Korrekturberechnung durchführen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video darlegen, in welchen Fällen ich eine falsche Spannungsmessung toleriere, für den Fall, dass ich eben über Spannung und Strommessung den Widerstand bestimmen möchte und in welchen Fällen ich eine falsche Strommessung toleriere. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich selber einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.